Hallo ihr lieben Leute, hier ist Jens Komnick und der möchte euch nämlich im nächsten Fingerstyle Basics Workshop des Acoustic Players etwas zu dieser Zupftechnik erzählen, die ich hier gerade angewendet habe, sie gehört zu den populärsten Fingerpicking-Techniken weltweit, würde ich mal sagen, Größen wie John Byes, John Denver, Leo Kottke oder hierzulande Hannes Wader, Werner Lemmerert, alle bedienen sich dieser Technik und was es mit dieser faszinierenden Technik auf sich hat, das möchte ich euch gerne bei unserem nächsten Zusammensein erklären und ich freue mich, wenn wir uns denn da treffen würden. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss!